Hallo, liebe Fußballfreunde. Thema Kaiserslautern. Soweit der Bundesliga 2023-2024, Ferrispieltag. Gibt es eine Aufkleber von Baden-Bohrn? Wenn ja, könnt ihr gerne zu mir schicken. Ich sage euch mal Dankeschön. SC Baden-Bohrn 07 gegen Kaiserslautern. Ergebnis 1 zu 2. Start 11. SC Baden-Bohrn 07. Huter, Grote, Heuer, Hofmeier, Ex-Zwam, Hesen, Gleifisch, Klaus, Musila, Biblia, Leibherz. Start 11. Kaiserslautern, Kral, Elfedi, Graus, Tomiak, Zimmer, Neuhaus, Rechel, Buschholz, Ritter, Eche, Redondo. Das war's von SC Baden-Bohrn 07 gegen Kaiserslautern. 16.04. chnitt lese der Jungrich-2026 Kaiserslautern,ierra 28. Sprengerslautern. Auslands 16.06-2020. Auslands 16.浅 19.